Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Runde Minecraft Meister Willis. Mein Name ist Martin und wie ihr sicherlich bemerkt haben solltet, ich starte das Ganze jetzt ohne Intro, weil ganz einfach aus dem Grund, dass ich mein Intro verbessern möchte und deshalb erst mal ohne Intro, aber immer noch mit scheiß Sprachqualität. Das tut mir leid. Egal, mal gucken was es dieses Mal ist. Ich bin gerade erst reingejoint. Ja. Jungle Hideout. Bitte irgendwas gutes. Pool Party. Oh, oh, das gefällt mir. Äh, ja. Was gibt's Neues? Eigentlich nicht wirklich was. Nicht wirklich irgendwas. Hat sich nicht getan, außer, dass ich mich für Feedback bedanken möchte und dass immer immer gute Tipps gibt, wie ergebt, wie ich mich verbessern kann und alles und so. Und ja. Äh, ja. Mit der Musik habe ich jetzt auch langsam so einen Griff von der Lautstärke her. Ich denke mal, das sollte so reichen, wie sie jetzt ist. Wenn nicht, werde ich sie entweder noch ein bisschen lauter oder ein bisschen leiser drehen. Das kann ich so genau noch nicht sagen. Wie nachdem, wie ich es eigentlich zu laut eingestellt habe oder zu leise. Das ist ja immer das, weiß man ja nie während der Aufnahme. So. Ähm. Wir bauen jetzt erstmal unseren Pool hierhin. Für die Pool Party. Zack, 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 zack. Oh Mist, das wird ganz schön anstrengend. So. Zack, 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 oh Mist. Und dann. So. Ich denke mal, ich mach den so, zwei hoch. Oh Mist. Zwei. Ja, gut. Weil, so ja, keiner ertrinken. Übrigens startet heute neues Projekt, denke ich mal. das ist so ein nebenbei was es noch ist das weiß ich nicht das werde ich gucken nachdem ob skyrim richtig läuft oder also entweder skyrim wenn das richtig läuft und ordentlich und flüssig dann weil es definitiv zocken weil es ist eins meiner absoluten spieler oder wenn das nicht so richtig geht dann series m2 weil darauf habe ich lust einfach mal wird zocken oder wenn das auch nicht wirklich was ist team fortress 2 ein paar verschiedene spielmodi wie der fan oder so oder capture flag team deathmatch einfach mal um mal was anderes auf den kanal zu bringen als nur minecraft denn eigentlich soll das kein reiner minecraft kanal werden weil davon gibt es einfach zu viele so damals steht apu schon mal es ging irgendwie ratzfratz ich könnte pokémon machen aber erst mal wo geht zwei minuten noch so 3 ein zack 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 bau schneller bau schneller bau schneller bau schneller bau schneller komm schon das schaffe ich jetzt einfach irgendeine mensch nein nein jetzt nicht ernst nein so 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 schnell so 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 the war so 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 bank brauche ich dann brauche ich gibi zack sayin Peter nichts zack 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 und dann wenn das explodiert dann heulich weil es nämlich auch bilder von explodiert wo bist du und ja es ist meine pool party f1 f2 okay das ist ein nicht fertiger pool aber also man kann schon erkennen dass es ein pool sein soll also explodiert jetzt das war uncool das war wirklich uncool wenn es explodieren würde das ist ja auch mit sprungturm gut einfach nur deswegen sehr gut ein sprungturm gebaut bühne hd 18 das ist meine ja mein cooler pool mit schirm und villager schon ein farbiger regenbogen wenn er explodiert das kriegt der finger ist awesome das gefällt mir bed box hier also den dj handtücher das ist echt nicht schlacht ich sag dazu nix kriegt aber trotzdem amazing man kann da so vieles rein interpretieren das klingt gut aber auch eine amazing weil die art gefällt mir steckst ja mich jetzt dazu was steht auf dem schild 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 okay um ruhe sind party aber auch dass die sich die sich die sich die dritte tippe es gibt eine bar es gibt es gibt es gibt es gibt es gibt everything is awesome das ist ja mal richtig geil gemacht finde ich bar mit dings und danks und bums und wer hat gewonnen gut job gut job echt nicht schlecht so das war es dann auch von dieser folge wieder ähm beobachte einfach mal den kanal im Laufe des abends kommt dann was neues was ist das weiß noch nicht bis dahin euer martin kommentieren wir werden nicht vergessen und schönen tag noch